Hi, bevor ihr gleich Jakob und Lennart von den Leoniden übernehmen, ein kleiner Hinweis an euch. In dieser Folge geht es um das Thema Amok oder Amoklauf. Falls das was ist, mit dem ihr euch unwohl fühlt, wird die Folge vielleicht lieber nicht alleine. Dann habt ihr jemanden, mit dem ihr direkt darüber sprechen könnt. Oder ihr überspringt sie ausnahmsweise. Es gibt ja jede Menge Popfilter-Folgen, die ihr euch stattdessen anhören könnt. So, jetzt geht's aber los mit dieser Folge. Ey, ihr lieben Leute, die ihr zuhört. Hier sind Jakob und Lennart von Leoniden und wir übernehmen diese Woche den Popfilter und stellen euch Songs vor, die ganz, ganz traurig sind, aber nicht traurig klingen. War eine challenging Aufgabe. War schwierig, aber ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft. Hier kommt ein Song unserer Auswahl. Ja, auf der Suche nach Songs, die super deep und traurige Inhalte haben, aber von außen erstmal relativ fröhlich wirken, weil sie so klingen, bin ich irgendwie auch auf diesen Song gestoßen und zwar Foster the People mit Pumped Up Kicks. Ich dachte immer, und das muss kurz geschehen, ich dachte immer, es heißt Pumped Up Kicks, aber das habe ich jetzt gelernt, es heißt Pumped Up Kicks und der Song ist auch schon uralt, aber ist ja auch vor, also ich glaube, der ist 10, 12 Jahre alt, der ist tatsächlich in Deutschland Gold gegangen. Das habe ich gelesen neulich, weil ich mich mit diesem Foster the People mal beschäftigt habe. Der bringt nämlich auch gerade eine Platte raus. Ich glaube, sogar am gleichen Wochenende wie wir. Ach krass. Und dann habe ich irgendwie, also weil ich hatte das gar nicht mehr auf der Fahne. Ich weiß nicht, dieser Song ist älter, aber mit Abstand wahrscheinlich der bekannteste von diesem Künstler. Auch einer, den man, glaube ich, aus jeder Indie-Disco der letzten 10 Jahre irgendwie kennt. Und der geht tatsächlich darum, also der geht um so Mental Illness bei Schülern. Genau. Und da geht es ganz konkret darum, dass eine Geschichte, die ist fiktiv, von einem Robert erzählt wird, dem es halt sehr schlecht geht, der psychische Probleme hat und der sich vornimmt oder zumindest vorstellt, jetzt halt so einen Amoklauf an seiner Schule durchzuführen, was ja traurigerweise in Amerika nochmal ein ganz anderes Thema ist, als das jetzt bei uns ist, weil es da wesentlich regelmäßiger passiert, dass Leute an Schulen halt irgendwie so Amokläufe begehen und Waffen quasi allgegenwärtig sind und für alle irgendwie jederzeit zugänglich. Was crazy ist, wenn man sich überlegt, dass das erstens viel, ja ich will jetzt nicht alltäglicher sagen, das wäre völlig übertrieben, aber viel gegenwärtiger ist in den USA. Also wirklich so eine reale Angst, glaube ich, auch die Leute da haben, die zur Schule gehen oder die Kinder haben, die dann zur Schule gehen, ich glaube, das ist halt einfach, das ist da, es ist da viel spürbarer und dass man das aber so in so einer Indie-Disco hört und keine Ahnung, wir tanzen dazu alle und das relativ locker, lassen wir da bei ein, zwei, drei Bierchen die Hüften kreisen zu diesem Thema. Das finde ich irgendwie einen absurden Gedanken oder eine absurde Erkenntnis, aber auch eine, die irgendwie schon auch beeindruckend ist. Super Genius, ne? Voll genial. Stell dir den Prompt einfach vor, schreibe einen Song über dieses Thema, da würde zu null Prozent, würde dieser Song dabei rauskommen und das ist so, ist ja auch ein Vehikel für eine Message. Volle Karne. Richtig krass. Und dadurch zimmert das auch viel mehr rein, als wenn es jetzt einfach so eine sehr gediegene Piano-Ballade ist, wo einfach dann erzählt wird, was man ja eh, glaube ich, wo Common Sense ist, was man davon halten kann und wie man dazu stehen kann. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Mass-Shooting das war, aber da war Obama Präsident und dann fängt er an in dieser State of Union zu weinen, weil er da irgendwann wieder das passiert ist und da zehn, elf, zwölf Kinder, also einfach erschossen wurden, von auch einem Mitschüler wohlgemerkt immer. und das macht die Sache ja fast noch erdrückender so und da im Gegensatz zu so einen Song zu schreiben. Für mich ist es vielleicht aber auch so ein Paradebeispiel dafür, wie es sich vielleicht anfühlt für Leute, die nicht native Speaker sind, so einen Song zu hören. Weil ich habe da vielleicht auch, als ich ihnen das erste Mal gehört habe, nicht so hingehört. Wir sind Jakob und Lennart von den Leoniden. Wir sind hier im Popfilter. Und ihr hört von Foster the People den Song Pumped Up Kicks. Wir sind hier im Popfilter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke euch fürs Zuhören, abonniert den Popfilter gerne und erzählt, wenn ihr mögt, euren musikbegeisterten Freunden von uns. Mein Name ist Marianne, bis morgen dann. Tschüss!